Zack, sind hier irgendwo noch Setzlinge getroffen? Ne, und da hinten haben wir hier nochmal einen. Warte, guck mal, dann können wir hier auch wieder einen anpflanzen. Nachhaltigkeit. Sehr, sehr nachhaltig, denken wir. Das ist wichtig. Genauso wie eigentlich für diese Welt auch. Für die echte. Da müssten wir eigentlich auch nachhaltig denken. Aber ich habe gelesen... Wo waren das? Ist das die vier Länder? Ja, ich glaube... Boah, China. Was waren das noch? Drei weitere Länder. Irgendwo dort im asiatischen Bereich. Schmeißen am meisten Plastik in den Müll. Äh, in den Müll vor allem. Der Müll wäre schön. Ins Wasser. Und das ist... Ich glaube, wie viel waren das? 60%, 70%? Von ganzen Plastik im Ozean. Verursachen nur die. Wo ich mir nur denke, Digga, wie kann man nur... ...dat machen? Aber dann sind wir zumindest... Dann weiß man schon mal, dass wir nicht so viel in den Müll schmeißen. Ach, in den Müll. Ins Wasser schmeißen. Das ist wenigstens positiv. Bist du es um? Wie lange habe ich denn? Unendlich? Scheiße. Wie bekommen wir denn... Achso, mit der Milch bekommt man die ja weg, ne? Habe ich einen Eimer bei? Ja, guck mal. Dann melken wir eben eine Kuh. Ah, eine schöne, frische Milch. Guck dir das nochmal an. So. Der Kaffee wird langsam kalt. Dann haben wir da so... Wir haben jetzt zwei... Oh, drei Stacks sogar. Perfekt. Setzlinge bräuchten wir nochmal ein bisschen mehr. Da haben wir einen. Noch irgendwo einer zufällig. Guck mal, hier haben wir nochmal Holz. Haben wir noch irgendwo einen Setzling zufällig? Jawohl, hier. So, wo habe ich denn gerade was abgefarmt? Also hier, ne? Ja, können wir nochmal hier nochmal einen hin. So. Perfekt. Können die Pflanzen. Dann können wir uns weiter widmen hier an unserem... An unserem Dach. Guck dir das doch mal an, wie viele Dächer wir jetzt haben. Oder wie viele Treppen, ja gesagt. Zwei Stacks. Ja, die reichen auf jeden Fall. Gehen wir hier auch eine weiter. Normalerweise schon. Oder... Ja komm, ich mache hier eine Ausnahme. Durch den Baum, der... Sonst müssen wir den Baum ja komplett weg machen. Das will ich ja auch nicht unbedingt. Die Natur will ich ja... Die sind da passiert. Und nun weg ist er. Die Natur, die lassen wir mal in Frieden. Reicht ja schon, dass wir die hier abpacken für das ganze Zeug. Da muss ich mal schauen, was wir... Wir können hier oben rein theoretisch ja Kisten hinpacken für das Futter. Futter für die Schweine. So können wir das ja bei jedem Stall machen, weil ich weiß ja sonst nicht, wie man den Dachboden verwendet. Hat aber endlich so gut. Ey, die ist ja schon wieder fast kaputt. Und die Axt. So, äh... Da haben wir ganz normal... Zack, glaube ich, das hier verbindet, ne? Moment hier nochmal. Normalerweise sollten wir jetzt eigentlich schlafen gehen, aber... Mach ich gleich. Ich will eben kurz nochmal dieses Dach fertig bekommen. Äh, Fackel habe ich nicht. Ich hoffe, ihr seht noch irgendwas. Ich mach's eben so. Und dann regnet das bei den Schweinen auch nicht mehr rein. Dann sind sie sehr schön gesichert da drin. Ah, guck mal. Ich hätte mir sogar noch ein paar aufsparen können. 1, 2, 1... Ja, guck mal. Oben ist natürlich, wenn ich... Also oben geht es auf jeden Fall am leichtesten. So, so, so. Ach, Mist. Dann haben wir das Dach hier schon mal fertig. Muss ich nochmal richtige Fenster reinmachen? Mach ich auch gleich nochmal. So, dann bin ich schon mal gespannt. Dann sind wir hier schon mal. Gut, mit dem ersten Stall fertig. Dann kommen wir nochmal die zwei anderen Stelle. So, frischer Morgen. Äh, Knochenmeer brauche ich, genau. Weil ich habe mir überlegt, mal weiße... Oh, nee, ein Creeper. Geh weg, Creeper. So, noch einer. Scheiße, die waren dann anders. Noch einer. Aus Knochenmehl. 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 Knochen. Kriegen wir drei. Und die können wir zu weißem Farbstoff machen. So. Und dann haben wir Glas. Geh weg, du Creeper, man. Zack. Wir haben nur fünf Glas. Das reicht aber nicht aus. Moment. Als ob wir wieder Sandfarben gehen müssen. Oh, nö. Neun Stück hilft uns jetzt auch nicht viel weiter. Wir haben nur acht Glas bekommen. Ja, doch. Drei, sechs, vier Stück brauchen wir. Weil, das finde ich nämlich nicht so schön. Deswegen mache ich das lieber hier so. Doch, die Höhe ist eigentlich angemessen für die Schweinchen. Und dann wollte ich hier nochmal eins machen, dort nochmal eins machen und hier vorne nochmal eins machen. Ja, doch. Dann muss ich das Ganze nochmal ein bisschen aushalten. Wollte ich das hier machen oder eher woanders? Wie will man das? Hier. Ja, guck. So können wir das auch machen. Mit dem weißen Glas. Na, ihr Schweinchen. Und dann machen wir hier eine Leiter hoch am besten. Damit wir hier zum Dachboden kommen können. Das heißt, das können wir weg machen, weil wir damit schon mal fertig sind. Und können dann rein, die Leute schon mal mit dem nächsten anfangen. Mit dem Stall hier. Wie weit geht der bis hier hin? Da sind auf jeden Fall auch die Kühe noch mit bei, ne? Ja, freut ihr euch schon. Freut ihr euch schon auf den neuen Stall? Auf jeden Fall. Okay, wir sehen uns wieder einen vernünftigen neuen Stall so. Also, wir gehen zwei ganz normal hoch. Jetzt habe ich... Ey, ich habe wieder so viel Müll im Inventar. Warum? Ich brauche doch nicht so viel Müll. Äh, mal zum Lager gehen. Dort das Ganze wieder weg machen. Was haben wir denn? Wir haben hier Müll, Müll. Na, Glas packe ich hier wieder rein. Dann müssen wir auch auf jeden Fall irgendwann mal auf die Jagd gehen danach. Die kann man wegschmeißen an sich. Dann haben wir... Andesit haben wir nicht mit. Wir haben den hier stattdessen. Können wir auch so machen. Kies lassen wir. Erde brauchen wir an sich ja auch. Nicht so viel. Weißer Farbstoff. Packen wir hier rein. Also im Keller haben wir ja noch mehr als genug vom Weizen. Den schmeißen wir mal weg. Die Tür lassen wir mal drinnen. Zaun lassen wir auch mal drinnen. Komm, das dann brauchen wir. So. Ich bin gerade vollen Umweg gelaufen, merke ich gerade. Der hier wird auch einmal weggeräumt. Na gut, von der anderen Seite sieht man das ja sowieso nicht. Aber es geht hier ums Prinzip. Der Arme. Ja, Fluss, See. Moment, hier kommt Erde rein. So. Das wird alles voll mit Kobbel gemacht. Und der nächste kommt dann genau. Ich muss mal schauen, wie ich es anstelle, ob ich jetzt einfach mittendrinne... Wobei. Ach Mist, nein, 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 nein. Daran habe ich jetzt, daran habe ich jetzt nicht get... Moment, dann mache ich das einfach mal so hier. tschak einmal bitte aus dem weg gehen dankeschön machen wir es eben hier so habe ich aber aber wobei diesen bleibt da bleibt da stehen bleibt da stehen super die kuh kommt hier weg den hier kann ich an sich frei machen jetzt hier du kommst hier auch einmal weg weizenbraucher und ihr bei die beiden kür die gehen mal eben auf die ende muss ja so machen was essen die die essen am liebsten am liebsten am liebsten egal das ist erstmal so das essen dienen am liebsten die schafe heu oder oder das kür probiert mal aus das wäre schon mal gut wenn wir die schafe alle auf eine seite bekommen aber da können wir auch rüber da kommen wir gar nicht durch gut 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 das heißt wir machen einmal hier hallo hier einmal kommt man hier rüber aber berammelt mich bitte nicht dann habe ich das mit mir auch schon mal fertig hier summen kür stehen die eigentlich auch darauf oder stehen hier was anderes die stehen auch darauf sehr schön das heißt dann machen wir eben für hier einmal mitkommen alle so